willkommen zu einem neuen video und heute werden wir uns auf inseln begeben ja ja richtig gehört denn es gibt hier wolken wie beispielsweise diese hier oder auch die hier hinten die sich nicht mit den anderen wolken mit bewegen das bedeutet da gibt es inseln und diese werden wir heute beide abchecken dass auf jeden fall daumen nach oben da für weitere tipps würde ich mich sehr sehr bedanken und das gerne ein abo da und daumen nach oben und falls ihr auch mal live dabei sein wollt kommt auf www.witch.tv weil meine community sagt euch wie auch immer ganz süß hallo hier eindeutig hier ist auf jeden fall eine let's go ich schwimme jetzt einfach mal lang ich bin hier noch nie lang geschwommen ich bin ganz aufgeregt für das so gruselig wirklich ich habe so eine thalassophobie das glaubt ihr gar nicht also angst vor tiefen meeren ich hasse es auch wenn du mehr schwimmst und auf einmal merkst du wie so ein abgrund unter dir ist und das messe das wasser ist auch ganz kalt auf einmal das ist so gruselig okay wir schwimmen da jetzt lang ganz mutig schwimmen wir da jetzt lang ohne angst zu haben und wir hören schon wieder gruselige geräusche oh gott schrecklich ich nehme meine lampe ich sehe gar nichts es ist eklig und da wieder diese riesen viecher schrecklich dass die überall sind das ist so grausam wird einfach nur weg ganz arg schrecklich wirklich oder machen die nur so geräusche fürchterlich echt fürchterlich wer hat das entwickelt so gruselig ich fühle mich hier nicht wohl und er hat sogar ein baby dabei oh gott kriegen sogar kinder oh gott ist schrecklich das sind wale die wollen doch schwimmen nein ich hatte auch beim wahl voll angst dass ich auf einmal so einen schwarm auszusehen bin und der hat der wahl saugt mich auf einmal ein weil die machen ja dann ihr maul so groß auf das ist gruselig einfach nur die musik wird auch richtig bedrohlich hier draußen was ist mit der musik auf einmal ach du scheiße leute ich glaube das ist nicht gut das ist mein magen ich empfehle den codex eintrag zu lesen mache ich gleich so und hier ist jetzt dieser ich will gar nicht mehr unter wasser gucken da kriegt man die panik ich krieg so panik allein im dunklen meer das ist so schrecklich du weißt nicht was irgendwie der tiefe kommt und da ist hier sind wieder fische oder so was ist denn das was hängt denn da unten sind es riesenmuscheln erstmal kurz speichern bevor ich zu neugierig bin und sterbe was hängt da unten dran das ist es eine riesen qualle die leuchtet auf wenn ich ihr näher komme ich lasse es mal kurz oh mein gott wie laufe ich jetzt mit meinen wie ich wohl jetzt gerade laufe mit meinen schwimmflossen okay gut dann lass mal scannen ich glaube wir können wieder ganz viel scannen jetzt gleich so der typ ist aber auch so sportlich ne eine pflanze eine ming pflanze hast du wieder so riesige pflanzen okay davon nehme ich jetzt mal nicht zu viel mit sonst ist wieder alles voll einfach nur mit scanner durch und scanne alles da ist auch etwas zum scannen ein knollenbaum knollen so eine knollenartige pflanze die sich im boden einwurzelt und aus der türkise blätter sprießen die analyse zeigt dass der saft dieser pflanze giftig ist für insekten aber von menschen aufgrund seines hohen wasseranteils geerntet konsumiert werden kann wo war denn noch mal dieses tier tier hier da gab es doch noch diese fleischfresser diese gruseligen riffrücken diese riesige tierart ist über 30 meter lang und gehört damit zur gruppe der leviathane zu glück ernährt sie sich ausschließlich von plankton artigen wasserlebewesen der panzer der größten teils der oberseite des tieres und ein teil seiner unterseite sind durch ein dickes mehr schichtiges außen skelett geschützt dies zeigt einen evolutionsweg auf der sich von anderen tieren auf 4.454 6b unterscheidet von denen die meisten wirbeltiere sind die riechen ist der die riechen ist wahrscheinlich zu weit größerem wachstum in der lage als andere pflanzfresser weil alles was groß genug ist um eine schale zu knacken längst ausgestorben ist den algendrüsen des säurekapseln mannertis ähnelt diese orange auf der unterseite des riechen dienen einen unbekannten zweck in ihrem verdauungssystem und können kleine mengen von verdauungs enzymen in das umgebende wasser abgeben auf dem riffrückenpanzer wachsen eine reihe verschiedener seepocken riffrücken haben wahrscheinlich eine lebensspanne von mehreren hundert jahren wenn sie ihren anfänglichen wachstumszyklus überlebt haben in den ersten jahrzehnten dürfen ihre geringe größe sie zu leichten opfern von fleischfressenden leviathane machen das ist er ist gesellig wurde in kleinen umherwandernden gruppen beobachtet und kommuniziert durch eine wirbelhallen ruf sein verhalten basiert auf einen auf einfachen empfindungen ist ja voll süß ja wirklich wie so ein wahl so das kann ich also konsumieren hier das kann ich wirklich essen essen geil dann nehme ich doch mal ein bisschen schmatz bisschen rum wo sind die denn hier aus wie so ein ananas da mache ich mich immer voll mit so erst mal fressen was da ist leute okay geil folge gegessen voll gepackt beteiligt sachen ein larvenkorb warum nehmen die so viel platz weg verdammt so laufen wir mal weiter ist ja noch irgendwas anderes tolles geben ach ich bin voll weit geschwommen guck mal das ist hinterteil vom raumschiff das kann ich 100 pro ausgännen okay die kann das ein bisschen kleiner das habe ich schon gescannt oje es gibt so viel zum scannen orangen pilz ist der eventuell giftig oder kann ich gar nicht abbauen inventars voll soll jetzt okay interessant ich nehme es einfach mal mit von allem etwas hauptsache man hat so ein bisschen was hier ist wieder ein pilzi wie soll ich das alles mitnehmen will sie eine land wachsende pilzart deren sporen ernten kann ist nicht essbar ich brauche dich irgendwann ich weiß es soll ich sammle die einfach mal ein das hat sich voll eklig an okay hier unten ist auch nichts mehr dann gehen wir mal weiter rein hier gefleckt oder was alles unmessbar ist nicht wichtig okay inventar voll schmatz schmatz das hier unten lebt hier jemand das wurde er geerntet schaut mal einsammeln ich kann mir die einfach weg snacken ne was ne marmormelone weil ich würde gern mehr marmormelonen haben was ist das hier ich will das alles mitnehmen die chinesische kartoffel ich habe gerade echt ein problem dann schmeiße ich davon mal was weg nehme ich mir einfach eine kartoffel mit ihr ja nimm mit gönn dir so ein paar kartoffeln kann doch keiner verwehren so das kann ich jetzt habe ich ja zwei alles die verbrauchen so viel platz mensch eine kleine marmormelone was ist ist hier niemand sauer dass ich hier ein außenbeet kasten das kann jetzt lernen ne geil geil einfach mal jetzt kann ich mir sachen anpflanzen einfach mal geklaut von irgendwem wer auch immer hier lebt ich habe es geklaut ich will mal hier hochgehen ganz weit hoch okay gibt's nix dann gehen wir jetzt hier rüber was die insel groß was ist denn das da oben eigentlich inventar voll ist nicht schlimm ich will nur scannen geil damit kann ich einfach alles pflanzen das hatte ich alles schon das ist witzig ey ist voll cool weil wir einfach sachen entdeckst die du in unserer welt nicht entdeckst das kann ich nicht scannen das habe ich auch schon dann lasst uns mal den berg hoch gehen leute glaube dass es da noch was ganz tolles gibt etwas wichtig ist dass wir brauchen zum bauen habe ich recht selbst scannen komme ich hier rüber das sterbe ich dann oh gott oh gott so dunkel ich hätte so angst dass sie auch so komische tiger oder sowas in alien in alien mäßig gibt weil schließlich sind der ist ja hier unter wasser auch alles gruselig der da auch gar keine angst hat es ist crazy und da oben sehe ich bestimmt gleich richtig gut ein insel ok let's go leute geil schau mal vor du hast hier dein schlafzimmer ok wir scannen mal das kann ich jetzt wahrscheinlich alles nachbauen scanne geil schrott also ich muss immer alles scannen ums nachbauen zu können ne die die war noch nicht gegessen kompost genau kompost blumenstrau arzt kein blumentopf bauen drehstuhl schreibtisch ich muss sagen das ist ein geiles streaming zimmer stell dir vor man hat hier sein streaming zimmer egal wäre das denn okay ich habe alles gescannt schon richtig nein oder händler noch mal eine die hätte ich jetzt total übersehen muss ich darüber ich speichere mal vor ich hier abstürze ich sehe es schon gleich kommen dass ich jetzt zu flauschig bin um direkt rüber zu kommen ich gehe da noch rüber und zwar auf meinem weg oder unten ist ja noch mal eine basis und zwar wie groß ist das hier alles ich komme nicht mehr klar ich kann ja einfach runter wenn ich bin spider-man und ein lassen gegner oder ach du scheiße was mache ich denn jetzt oh nein ich kann den ja gar nicht besiegen noch oder aber ich würde gerne scannen kann ich den besiegen den sack schnell scannen scannen doch oh er kommt ich wusste es hau ab hau ab hau ab du sack ich scanne das jetzt alles ich kann mit dem messer umbringen okay das mache ich jetzt so wo ist der sack wo bist du hat das in der mehrere schweizend so stirb da ist ja noch einer komm her komm her du schwein ich glaube ich habe angst vor dir ich glaube der steckt da drinnen fest kann das sein das ist meine base so jetzt ruhe okay wir scannen jetzt alles in ruhe ab es wird dunkel da hätte ich ja überhaupt keine angst oder kann ich was kennen oh das lebt noch was hat gelebt das lebt es hat einmal gelebt so okay wir scannen jetzt hier alles in ruhe ein die sind alle tot schön die leuchten sogar gucken mal ein bisschen heller könnte es hier schon sein okay wir gehen hier mal rein rein da gehst du da rein ohne batterie meine batterie mein inventar ist überhaupt nicht voll soll ich es ist jetzt mal hier noch die melone essen 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 ich nasche es alles weg geil ich habe eine battery battery kann ich das nicht mitnehmen doch da auch noch auf die daten alles her damit was ist das was passiert hier denn scheinwerfer es geht ja richtig steil hier okay kann ich hier noch irgendwas scannen muss jetzt hier irgendwo hoch hier war doch noch was ne muss jetzt hier irgendwie hoch wow sieht das toll aus oh wie gerne hätte ich auch so einen laternenbaum im garten kann man auch essen geil ich will mehr laternenbäume scannen ist ja mega schön was ist mega wichtig habe ich da alles drin gefunden ich glaube schon oder da geht es ja auch noch rein moment mal sehe ich da richtig oh gott das hätte ich fast vergessen eine violette tafel so ähm integriert okay ich glaube jetzt haben wir aber alles so ja da vielleicht noch rein jumpen das mache ich noch kurz kann ich bitte die lampe so meine batterie ist gleich leer hoch da mit dir okay hier war doch irgendwas wo ich rein jumpen konnte oder hier da ist nichts mehr ich kann ja noch was scannen oh eine lebende eine lebendige wand okay das ist cool das wird mir trotzdem angezeigt auch wenn ich nicht den scanner in der hand habe wir gehen jetzt aber mal hoch leute da oben gibt es ja auch noch was zu erkunden da oben auf den bergen ich kann ja einfach wie spider-man überall hoch klettern das ist natürlich schon sehr geil ich bin voll der allrounder ich kann nicht nur schwimmen ich kann ja auch ich kann ja auch überall hoch jumpen oder komm schon lass mich da hoch let's go nicht abspringen de 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 gibt es hier überhaupt irgendeinen weg nach oben ja jetzt es ist einfach zu dunkel aber hier komme ich ja her oh nein der hat sie überall diese arschlöcher oh nein um gottes willen haut ab haut ab ihr schweine so da oben war ich ja schon ich will jetzt da hoch da ist auch noch was feines aber die frage ist wie kommt man da hoch hier ist ja diese abgestürzte station das heißt hier muss irgendwie einen weg hoch geben wahrscheinlich einfach hier hoch ja leute wenn es auch also es geht kompliziert das mache ich gern so da will ich hoch let's go das macht richtig spaß es gibt so viel zu exploren und es hört nicht auf und es ist spannend und es macht spaß ich verstehe dass manche menschen hier 500 spielstunden drin haben ähm oh eine trinkflasche oh wie süß was habe ich ja alles schon gescannt oh ne das habe ich noch nicht gescannt wonach fahrernpalme okay was war das mit nir dass das kann ich damit eigentlich machen okay ich glaube ich habe hier auf dieser insel einiges gescannt Und ich glaube, wir können jetzt auch... Das habe ich da unten, die Hauptbase. Oh, haben wir. Hier gibt es, glaube ich, jetzt auch nichts mehr. Guck nochmal hier, aber ich glaube, hier war nur Wald. Ist hier hinten noch irgendwas? Ne. Sieht nicht so aus. Sollte mich mal an den Wegen halten. Speichern, ist ja eine gute Einwand. So. Gucken, ob da noch irgendwas ist. Dass wir ja auch nichts verpassen. Aber ich glaube nicht. Ich finde es gut, dass man hier so viel essen kann. Sieht nicht so aus. Ich glaube, da ist nichts mehr. Möchte mir jetzt aber auch nicht wehtun. Oh Mann! Ist auch schon wieder dunkel hier, ne? Ich glaube, da ist nichts mehr. Ich würde deswegen jetzt mal zurück ins Meer jumpen. Zurück in meine Hood. Genau, die lila Tafel ist ein wichtiges Element für die Story. Sehr gut. Und lass uns mal zurück in meine Hood wieder. Zurück ins Meer. Und dann haben wir ja noch eine Insel. Eine geile, die wir durchcampen müssen. Es steht uns also einiges bevor. So, erste Insel ist vorbei. Jetzt gehen wir zur zweiten. Ich bin gespannt, was wir dort alles finden werden. Ich werde aber erstmal gucken, dass ich hier so ein bisschen das Zeugs vielleicht sogar einfach esse. Dass wir ein bisschen Platz haben. und dass ich die auf jeden Fall unten in die Kiste irgendwie packe. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir das vielleicht nochmal irgendwie brauchen werden. So, dann mache ich mal das in den Behälter. Ist halt echt blöd, wenn die so riesig sind, die Sachen, ne? Dadurch ist es gar nicht so einfach, das alles loszuwerden. Das kann man essen. Deswegen würde ich das dann alles mal wegschmeißen. Die Quallen brauche ich auch nicht. So, dann machen wir hier die Pilze noch rein. Dass wir von allem etwas haben. Und das Lilane ist auf jeden Fall auch ganz arg wichtig. Deswegen würde ich das Lilane auch mal in die Kiste packen. Und die Batterie. Weil die darf ich auf gar keinen Fall droppen nachher. Alles andere ist jetzt glaube ich nicht so schlimm. Gucken wir mal, ob ich das noch in der anderen Kiste irgendwie unterbekommen kann. Plupp! So, hat es hier noch irgendwie Platz? Erst mal gucken, was wir hier loswerden können. Ich würde sagen, die auf jeden Fall. So. Dann gucken wir mal, ob wir... Hm, ja. Vielleicht baue ich mir einfach noch... Ich glaube, die kann nicht alle loswerden, die Sachen. So, das packen wir da alles rein. Das auch. Das packe ich mal weg. So, die kriege ich ja leicht, die Sachen. Mir fällt es immer so schwer. Ich bin so ein... Ein extremer Looter. Also ich will Sachen nie loswerden. Das ist echt schlimm. Und mir fällt das ganze Tag schwer. Ich gehe mal kurz Oxygen noch mal holen. Und dann packen wir das noch mal... Wo ist denn die andere Kiste jetzt hin? Ach, hier, das ist ja oben. Ach, der hat die mit hochgeschleppt. Das ist ja witzig. Okay, und dann machen wir halt das Quarz und das noch mal raus. Und die noch mal da rein. So. Damit kann ich leben. Dann schmeiße ich nämlich das mal kurz raus. So. Und dann essen wir den hier mal kurz. Snacken. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Aber snacken wir es mal. Und dann gehen wir jetzt auf zu dieser Insel hier. Let's go. So. Auf geht's, Leute. Ich bin sehr gespannt, was uns auf dieser Insel erwarten wird. Ob die ähnlich ist oder genauso wie die anders. Und ob die jetzt komplett anders ist, das werden wir jetzt gleich erfahren. Aber jetzt gehen wir erst mal rein in die dunklen und Tiefen des Meeres. Also ich glaube, ich war ja schon ab und zu schnorcheln. Und für mich war so... Also ich glaube, ab hier war es für mich immer okay, wo ich noch das Riff gesehen habe. Aber von den meisten Riffs geht es ja dann meistens ganz tiefdunkel in die Tiefe. Und umso tiefer du schaust, umso größer werden die Tiere und die Fische. Und dann kommt so kalte Luft noch raus. Das ist so schrecklich. So Strömungen. Und umso tiefer du schaust, umso gruseliger sehen die Tiere auch aus. Und deswegen wäre es... Also ab hier wäre es dann schon für mich so, dass ich sage, nee, das ist mir zu gruselig. Ich spüre das richtig, wie das Wasser bestimmt kalt wird. Und da wird man hier auch noch angefurzt. Das ist ja unglaublich. So, wo ist nochmal hier die Wolke? Hier müssen wir hin. Ja, die andere ist direkt gegenüber. Ich würde auch sagen, dass wir in der nächsten Folge einfach mal zum großen, abgestützten Raumschiff gehen. Einfach, weil es mich interessiert und einige von euch schon so scharf drauf waren, dass wir das unbedingt mal ausprobieren. Das ist so richtig... Es war schon so ein kleiner Sadismus dahinter, dass ich mir denke, da geht es bestimmt ab. Das heißt, wenn ihr das wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Diese kleinen Fischschwämme hier sind auch total süß. Aber die bringen mir tatsächlich nichts. Die Musik wird hier auch immer so gruselig. Und hier geht es einfach so tief unten rein. Mir fällt gerade ein unter der Insel... Oh, was ist denn das für ein gruseliger Fisch? Oh, oh. Oh, oh. Ich hoffe, der greift mich gerade nicht an. Oh, 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 oh. Ähm, unter der Insel gab es auch so Riesenquallen wie die hier, die irgendwie die kleinen Steinbrocken halten. Oh, hier gibt es schon... Ich nehme mal mein Messer. Hier gibt es nämlich eklige Fische. Die sehen schon so ein bisschen... Oh, was war das? Hä? Habt ihr das gesehen? Das sah aus wie ein Hai. Eine Haifischflosse. So ein bisschen... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, es kommt! Ah, es kommt! Nein! Nein, Alpsraum! Geh weg! Oh Gott, es ist ekelhaft. Oh, es ist widerlich. Also, ich wäre viel zu panisch, ne? Wenn es bei sowas war, muss man eigentlich ruhig bleiben. Ich wäre da viel zu panisch. Okay, es ist, glaube ich, eine bisschen andere Insel. Mal gucken, ob hier unten auch irgendwas ist, was das Ganze hält. Ist das hier gruselig, wirklich? Also, das weckt einfach eine ganz, ganz eklige Angst in mir aus hier unten. Und die Musik wird auch so gruselig. Okay, ich glaube, wir brauchen hier keine Angst mehr haben. So, da hinten ist Land. Da schwimmen wir jetzt hin. Was ist das hier? Kann ich da... Ich glaube, jetzt kann ich wieder ganz viel scannen. Ist das hier irgendwie... Ah, ist einfach nur Blei. Okay. Okay, wir können es schon aber nicht identifien hier. Viele, viele kleine Fischschwärme. Aber ich fühle mich jetzt schon wohler, weil wir haben jetzt gleich Land unter den Füßchen. Das ist gut. Ja. Und das haben wir auch alle schon gescannt, ne? Sehr gut. Sehr gut. Das Gute ist, ich würde jetzt hier ein bisschen was mitnehmen. Vom Korallenbaum. Knollenbaum. Weil das bringt mir, glaube ich, auch Wasser und Flüssigkeit. Ja. Sehr gut. Dann habe ich nämlich auch nicht mehr so Durst. Jetzt wird es halt gerade dunkel, wenn ich komme, ne? Das ist natürlich super. Super Timing. Aber ich gucke, ob wir hier irgendwas... Oh, was zur Hölle ist das? Oh mein Gott. Was war das hier? Oh nein. Das sind wieder diese dummen Dinger hier. Nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Komm her, du Schwein! Schlag's doch! Gut, die machen so wenig Schaden, dass das eigentlich egal ist. So, mal gucken, ob ich hier irgendwas scannen kann. Ne? Ja, was sind das hier für Dinger? Was ist das hier? Oh, sag bitte nicht, dass ich da meine blaue Scheibe hätte mitnehmen sollen. Ne. Tafel einsetzen. Verdammt! Ich hätte hier die Tafel dabei haben müssen. Oh nein! Das wusste ich nicht. So, dann setzen wir mal die Tafel ein. Gut, dass wir zuerst auf der anderen Insel waren. Sonst hätten wir das nämlich hier... Wären wir gar nicht weitergekommen. Also es ist tatsächlich auch wichtig, welche Insel man zuerst abcheckt. Okay, das ist ja alles. Ich hoffe, ich darf hier überhaupt schon hin. Irgendwie wirkt es so... Böse? Wieso self-scan? Self-scan complete. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. Okay, ich habe Bakterien auf mir. Aber es hat keine Auswirkungen. Okay. Ah, okay. Das heißt also, ich kann jetzt hier die Tafel mitnehmen. Okay. Daten herunterladen. Fremde Datenkonsole. Da das Gerät in einer fremden Einrichtung gefunden wurde, war es nicht möglich, hilfreiche Informationen zu übersetzen. Trotzdem enthalten die Scans einige Informationen über das Gerät selbst. Es ist wahrscheinlich ein Festkörpercomputer, obwohl es keine erkennbare Benutzeroberfläche gibt. Bei Annäherung begann es, eine niederfrequente Funkwelle zu erzeugen, die komplexe, aber erkennbare Datenmuster erhält. Also wir müssen wahrscheinlich auch noch was finden, um das Ganze, nehme ich mal an, zu übersetzen. Aber ich kann das hier nicht runterladen. Daten herunterladen, das tut ja irgendwie nicht. Brauche ich dazu wahrscheinlich noch irgendetwas, nehme ich mal an. Wahrscheinlich. Gucke ich mal weiter um und scanne mal weiter. Das Scannen kann ich hier nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Ist ja geil mit dem Taucheranzug hier erstmal so durch die Gegend stapfen. Ich kann ja auch gar nicht einschätzen, wo es... Ah, okay. Dann müssen wir runter zum Kontrollbereich, um überhaupt hier irgendetwas tun zu können. Da ist doch irgendwas. Was ist das? Oh, die Minecraft-Würfel. Okay. Ich soll mich selbst scannen? Oh, die Bakterien-Infektion sind... Oh, oh. Oh, oh. Irgendwie habe ich jetzt... Äh, oh. Äh, äh. Was bedeutet das jetzt? Hier ist nochmal was. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, fremde Dinge irgendwie anzufassen, von denen man keine Ahnung hat. Oh, jetzt kann ich es übersetzen. So, okay. Schema der Vollstreckungsplattform. Dieses Datmode wäre schon eine Art mehrdimensionales Schema zu bilden. Durch die Abbildung des Musters im dreidimensionalen Raum ist es möglich, für die interne Funktionsweise dieser Einrichtung ein grundlegendes Verständnis zu bekommen. Baumaterial. Ja, das unbekannte Baumaterial der Einrichtung wird als urharte, ultraharte, nichtreaktive Metallligierung identifiziert, die aus außerweltlichen Material synthetisiert wurde. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass es auf herkömmliche Weise beschädigt oder zerstört werden kann. Okay, das ist sehr gut, aber ich kann die Daten hier nicht runterladen. Was ist das, was mich so ärgert? Ist da nicht irgendeine Möglichkeit? Hätte ich da irgendwas, ein Computerchip, irgendwas anderes mitnehmen müssen? Okay, wir stapfen mal weiter. Muss ja irgendwie nach unten kommen, haben die gesagt. Erstmal durch irgendwelche dunklen, gruseligen... Ich kriege voll die Cube Flashbacks. Oh, was ist das? Okay, der traut sich aber was. Okay, ich bin jetzt hier unten. Können wir das scannen? Nee. Ich komm... Oh Gott, ich muss schwimmen. Bitte nicht! Das erinnert mich... Das erinnert mich so ein bisschen an so ein... An ein The Zelda Dungeon. Okay, was passiert? Oh mein Gott. Ich weiß, ob es so gut ist, hier reinzugehen. Oh mein Gott. Ähm... Bin ich dafür ready? Ich probiere es einfach. Oh mein Gott. Noch 30 Sekunden. Oh nein, ich werde es nicht überleben. Ich muss schnell zurück. Das schaffe ich nicht mehr, ne? Uh... My life be like... Uh... Uh... Ah ja, Oxygen. Oh. Ich hab survived. Okay, ich glaub, das ist noch ein bisschen extrem. Aber wir laufen erstmal hier weiter. Da geht's auf jeden Fall nach unten. Wie ich erstmal die ganze Halle voll rotze hier. Ah, hier geht's ja auch noch weiter. Ich muss ja gar nicht nach unten. So, so. Ah, guck mal. Da gibt's noch mehr solche Dinger. Fähr damit. Genau, da bin ich noch, glaub ich, hochgeflogen, oder? Nee. Ich find das hier alles so gruselig, weil man irgendwie hier ist und man versteht irgendwie noch nicht so wirklich. Fremder Boden, den kann ich scannen. Man weiß auch gar nicht, was hier irgendwie... ...besonders ist und was nicht, weil es sieht alles so besonders aus. Das heißt, man weiß gar nicht, ist man richtig oder nicht. Was ist denn das? Fremdartiges Gewehr? Das hätte ich gerne. Kann ich da irgendwie rankommen? Bitte gib es mir. Ich werde auch keine bösen Dinge damit tun. Ich will mich nur verteidigen. Oh, guck mal. Da brauche ich wieder die Tafel. Eine violette Tafel eingesammelt. Aha. Interessant. Also, die Insel ist deutlich krasser... ...als die andere. Ja, wie wieder irgendwas komisches. Fremdes Gerät. Boah, der will aber nicht gescannt werden, oder? Weltenvernichter. Das hört sich aber nett an. Ja, ich glaube, wir sind hier in so einer Alien-Basis, oder? Okay, gibt's... Ah, da kann ich doch die Tafel einsetzen, ne? Yes. Da sind wir doch im Kontrollraum. Und da ist auch wieder irgendwas. Ich nenne mich irgendwie an Matrix hier. Was ist denn das? Berühren. Ja, natürlich. Fass es an. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott! Jetzt wurde ich gechippt! Äh. Oh oh. Oh oh. Infizierte Personen. Was war das gerade mit Energiekasten? Ich würde gerne den Stromkasten scannen. Translating Background Broadcast. Downloading Summary to Databank. Mit dem Kern kann ich in nichts anfangen. Okay, das heißt, ich habe jetzt irgendwas... Kann ich jetzt die ganzen Sachen übersetzen? Datenbank. Wärmekraft. Ich glaube, jetzt kann ich alles... Übersetzen. Aber was hat der mir reingechippt? So eine Art Übersetzer? Oder bin ich jetzt einfach... Äh. Berühren. Ich berühre es nochmal. Jetzt hat er schon Angst, ne? Ist das gruselig. Okay. Keine Ahnung. Warum es das jetzt getan hat. Aber ich laufe mal durch die Gegend und gucke. Ob ich hier noch irgendwas scannen kann. Ansonsten würde ich nochmal weiter hoch gehen. Hier geht es eigentlich noch hoch. Und ich würde eigentlich auch gerne mal bei der Insel draußen noch so ein bisschen schauen. Was es da noch so gibt. Und die Sachen hätte ich auch mal sehr gerne. Das würde mich direkt angreifen. Oder ich gehe nochmal ganz zurück. Und gucke. Aber auch keine Map oder so. Die Waffe habe ich auch schon gescannt. Also hier ist auf jeden Fall Leben gewesen. Das irgendwie... Gruselig ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich da runterkomme tatsächlich. Kraftfeldsteuerung. Scann mich mal selber. Kann hier irgendwas Kraftfeld steuern. Aber ich kann es selber noch nicht. Weil fliegen wir einfach mal wieder hoch. Und dann gehe ich nochmal kurz raus. Und erkunde die Insel draußen mal ein bisschen. Vielleicht finde ich ja draußen noch irgendwas. Fopp. Hier rumhalle. Das ist schrecklich. Datenkonsole, Daten runterladen kann ich immer noch nicht. Ich glaube, ich brauche dazu tatsächlich irgendwas. Mit meinem Scanner geht es ja nicht. Nee. Dann gehe ich nochmal raus. Was zur Hölle war das? Ich finde das hier ganz gruselig. Ich weiß nicht, ob ihr es schön findet. Ich finde es gruselig. Wir können noch nicht herausfinden, ob die Wände hier am Boden, ob die dazu da sind, um irgendwie was darzustellen an Zeichen. Oder ob das einfach nur Deko sein soll. Na ja. Dann lass uns mal raus in unsere Base gehen. Mann, ist das riesig hier. Das ist ja brutal. So. Wir haben auch schon wieder schönes Wetter. Ich glaube, es wird jetzt gerade wieder dunkel, kann es sein. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo hochkomme. Einfach mal um die Insel ein bisschen zu erkunden und ich werde auch ein bisschen was essen. Das Gute ist, dass die Sachen einen halt Wasser geben. Jetzt habe ich es echt fallen lassen, ne? Dass die Sachen ein Wasser geben und essen. Das ist halt echt genial. So. Ist, 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 ist. So. Wunderbar. Und schon hat man keinen Durst mehr. So. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Ist ja voll der riesige Turm, ne? Da kann man wahrscheinlich ganz nach oben gehen. Hier kann man... Oh, ich habe noch einen Chip gefunden. Ja, ich glaube, man muss hier erst mal ein bisschen sich umschauen, anderweitig. So, so. Hier geht es also auch lang. Zack, bloß, da kommst du nicht hoch, Kollege. Oh Gott. Okay. Never mind. Ach, da ist wieder mein Raumschiff, mein abgestürztes. Ich durchsuche jetzt erst mal die Insel, bevor ich da außenrum lang latsche. So. Ist hier noch irgendwas? Ne. Überall sind diese leuchtenden Dinger. Wo ist mein Scanner? Auch noch 10% von meiner... Von meiner... Oh, das kann ich auch. Ein Himmelsrochen. Okay. Ähm, ich habe auch nur noch 10% Taschenlampen. Oh nein, hau ab. Genau, tschüss. Oh, ich hätte... Ich muss tatsächlich hier noch weiter gucken. Jetzt brauche ich auch meine verdammte Taschenlampe. Obwohl ich eigentlich schon gar keine Batterie mehr habe, verdammt. Das ist nicht gut. Oh Gott. Bin so schlecht vorbereitet. Oh, oh. Ist ja voll die Riesenhöhle. Ich glaube, ich könnte auch Signalfackeln nehmen, ne? Okay, ich habe mal einfach wieder so ein bisschen... Hier geht es wieder in die Höhle. Okay, ja, alles klar. Ja, liebe Leute, wir sind im Kreis gelaufen. Ich liebe es. Ich renne da jetzt einfach durch. So. War doch keine richtige Höhle. Egal. Ich gehe mal hier lang. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Außer so ein Ding, das hier rumchillt. Dann gehen wir hier durch wieder. Ist das gruselig, ey. Mein Föhn, den ich da dabei habe. Noch 8%, ne? Wenn ich jetzt hier mein Ding verliere, ist es ein bisschen blöd. Sag mal, was ist das für eine Riesenhöhle? Ich glaube, ich muss tatsächlich nach oben. 7%. Ich glaube, dafür sind die Signalfackeln ganz gut. Weil du die nämlich dann hier auslegen kannst. Und den Überblick hast, wo du schon warst und wo nicht. Ich gehe jetzt mal nach oben tendenziell. Und mache mal wieder meine Taschenlampe aus. Ich glaube, wir sind richtig gegangen. Wie konnte das funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Wir haben das geschafft. Ja, wir setzen mal hier einen Würfel ein. Gut, dass wir den mitgenommen haben. Oh. Ey, du Schwein. Halt das rein. Tatsächlich. Der traut sich was. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ach, du hast euch ein Portal aufgemacht. Aha. Und wo bin ich jetzt? Und warum ist es auf einmal dunkel geworden? Ist es auf einmal dunkel geworden? Okay, wir sind hier also jetzt in irgendeinem anderen... Und hier gibt es ja eigentlich auch gar nichts, oder? Es muss doch irgendwas geben. Selbstscan. Was sagt der Selbstscan? Gar nichts. Ich gucke mal, was passiert. Ah, da hinten geht es lang. Hier ist doch irgendwas. Ne, auch nicht. Ah, hier geht es hoch. Irgendein Portal geöffnet. Das kann ich also mit den... ...grünen Steinen machen. Bin ich jetzt... Oh, sieht das schön aus. Hä? Ich bin jetzt auf einer komplett anderen Insel, kann das sein? Bin ich jetzt auf die andere Insel gewappt? Lass uns mal gucken. Moment. Hey, ich bin jetzt auf der anderen Insel. Ach, wie cool. Ja, das ist ja nice. Okay. So, so. Ich bin jetzt auf der anderen Insel. Das ist cool. Das heißt... ...man kann hier einfach... ...von Insel zu Insel schon mal rüber. Bedeutet also auch im Umkehrschluss, wir brauchen beide Inseln. Sonst würden sie uns diese Option nicht geben. Das heißt... ...wahrscheinlich müssen wir immer... ...von Insel zu Insel gehen. Sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Ich laufe jetzt mal wieder weiter. Wir sind ja noch nicht angekommen hier. Hier geht es ja, glaube ich, auch noch weiter. Hier ist ja noch was. So, hier geht es nämlich noch weiter hoch. Das ist ja witzig. An hier war ich schon. Okay, ich glaube, wir sind hier... ...am Punkt angekommen. So, letzten 5% Taschenlampe sollte man schon verwenden. Oh, hier ist noch eine Tafel. Interessant. Ich weiß nicht, wie viel ich von diesen Tafeln brauche. Aber die liegen hier immer wieder verteilt rum. So, gehen wir mal runter. Und gehen nochmal in diese... Es gab ja auch unter Wasser noch eine Riesenbasis. Da würde ich tatsächlich jetzt mal versuchen, runter zu schwimmen. Kann aber auch durchaus sein... ...ein Geldsack. Ein Gelsack. Kann aber auch sein, dass wir einfach viel zu schlecht ausgestattet sind. Um da runter zu kommen. Ich sehe da auf jeden Fall was zum Einscannen. Das nehme ich jetzt noch mit. Eine Zeitkapsel, her damit. Was ist das hier, bitteschön, für ein komisches Tier? Oh, einen. Den will ich noch kurz scannen. Ich hoffe, der greift mich nicht. Oh, der sieht aber böse aus. Oh, ich glaube, der greift an. Ich glaube, der will nichts Gutes. Der will nichts Gutes. Der will nichts Gutes. Hau ab. Einheimische Lebensform. Oh Gott, die leben hier. Oh Gott, das ist gruselig. Okay, ich muss mal kurz ein bisschen Gas geben, damit der mir hier nicht am Arsch hängt. Mal gucken, ob der mir hinterher schwimmt. Nee. Okay, er hat abgelassen. Das ist sehr gut. Ich schwimme mal ein bisschen weiter rum, weil ich glaube, dass hier tatsächlich auch noch eine Menge gibt. Weil ich muss ja irgendwie die Daten lesen können. Das heißt, wir ignorieren diese einheimischen Scheißdinger da einfach mal. Was hängt denn da hinten, bitteschön, rum? Das heißt, ich schwimme jetzt mal relativ weit oben. Einfach, damit der sich mal so ein bisschen in Ruhe lässt und glotzt immer wieder runter. Muss man davon mal ein Bild machen, hier so ein gesamtes. Okay, das sieht wirklich sehr gruselig aus, finde ich. Dieses ganze Ding. Aber es gab hier doch irgendwo unten eine Möglichkeit reinzukommen. Ich finde diese Insel sehr spannend. Ich hoffe, dass es hier kein großes Monster gibt oder sowas. Was zur Hölle macht der da? Wollt der mich gerade angreifen? Ich glaube, da sind kleine Tunnel, wo ich rein kann. Hätte ich das vorher nicht so oft verwenden sollen. Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Okay. Nicht schlimm, wir schwimmen hier. Hier, das war's. Da wollte ich rein. Boah, ist das so eine richtige Riesen-Lounge hier, ey. Da unten ist noch mehr. Ich glaube, da komme ich noch gar nicht überall hin. Kann das sein? Ich probiere jetzt mal da unten reinzukommen, ob das irgendwie möglich ist. Also entweder es funktioniert und ich sterbe. Ich speichere hier aber extra mal ab und probiere es mal. Let's go. So, probieren wir mal da irgendwie reinzukommen. Ich glaube ja fast nicht, dass es möglich ist. Es sind überall so kleine Kapseln. Ich glaube, da muss ich von innen reinkommen tatsächlich. Aber es ist schon sehr beeindruckend. Ich nutze mal schon. Okay, hier kommt man also nicht rein von unten. Nope. Aber da unten ist doch so ein Schacht. Komme ich davon nicht rein? Lass mich rein! Lass mich rein! Nein! Okay, man kommt nicht rein. Okay. Sieht aus, als könnten die laufen. Oh, oh Gott. Okay, ich gehe schon hoch. Interessant. So. Bedeutet also, wir müssen uns hier jetzt noch, oh, eine kaputte Platte, ein bisschen durchkämpfen. Und wir haben insgesamt jetzt zwei von diesen lilanen Platten. Ich glaube, dass wir hier jetzt dann weitermachen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Deswegen schreibt mir schon mal gerne Tipps und Tricks, wie ich hier weiterkomme in die Kommentare. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge werden wir auch zum abgestützten Raumschiff gehen. Einfach mal, um zu gucken, was so passiert. Danke fürs Zuschauen. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns. Das Spiel ist geil. Das Spiel ist geil. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.